hilft mir aber nix mal hier war hier nicht hier war doch noch eine seite genau jetzt ist die große frage welche durch welche bin ich denn vorhin gegangen so das sieht schwer nach der aus in der ich schon war da führen die beide zum gleichen obwohl der warte mal hier ist grün ähm prinzipiell alles wollen das ist los da wurde einfach vorwärts gegangen obwohl ich nicht vorwärts gedrückt habe so aha hier ist doch wieder anders oder ein neues schildchen auf jeden fall you can grow ja das kommt mir bekannt vor ja hier habe ich vielleicht schon mal vorgestanden irgendwann nein so war hier war ich auch schon mal ja meine herren so nicht so ja nicht hoch ach was kann ich schieben das teil sie mal an und von hier kann ich da nicht durch tja wo sind wir denn hier jetzt wieder das wird ja immer verrückter hier nach hier kann ich wieder nur ziehen hier habe ich keinen platz um irgendwas reinzuschießen da wollen wir doch mal schauen was man da so machen kann naja das ja hoch amüsant ach so ach ne hier in der mitte muss ich das machen so mal gucken ob wir da noch mehr wieder hinkriegen und jetzt zieht sich das alles wieder nur noch an einem strang hier entlang ne ist die scheiße das heißt man müsste das wieder irgendwie trennen jetzt könnte ich den da mal hochziehen der kann erstmal ganz woanders hin dann wollte ich allerdings eigentlich viel lieber ach da hängen sie jetzt schon wieder zusammen naja scheiße oh mhm mist mhm 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 Mist hier. Ein Riesenmist ist das alles. Ein Riesenmist. Aha, aha, das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus. So. 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 So ist schon besser. So. 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 man kann er die nicht einfach aus der mitte rausholen vor allem verschwindet der kleinere teil das ist jetzt auf einmal da so so kann man es resetten jetzt wollen wir doch mal gucken hier das hat nicht schon eins so weiter aber ich sollte vielleicht nicht so ein riesen teil bauen okay ein bisschen mehr brauche ich aber noch und einer fehlt mir immer noch wie geht denn das jetzt habe ich jetzt nicht unbedingt verstanden jetzt wollen wir mal schauen dann kann ich den hier vielleicht da und da und der zieht den wieder zurück das ist ja doof so so ne der hier soll maaaann die zu trennen ist echt kacke dann wird immer nur der kürzer wobei obwohl ich jetzt da so viel platz habe das ist doch scheiße so 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 nicht falsch verbinden obwohl kommen egal vielleicht muss man sogar mal ein paar mal hin und her drehen das ist nachher dann so aussieht wie ich es haben will so was mal auf jetzt hier ist hier schön wieder rundherum genau und jetzt noch mal so das macht doch viel mehr sinn das komplett rundherum zu verbinden ich horn ochse ich maf old solutions can apply to new problems haha fick dich okay wo sind wir denn hier sechs huch wie wird soll ich jetzt hier wieder obwohl ach nein hier völlig runter boah jetzt bin ich wieder hier bei den ganzen klamotten muss ich wieder nachdenken wo die überall so hingeführt haben hier war dieser hier ist mein lieblings raum da will ich gar nicht rein gehen und ich vergesse das wirklich ständig was hier wo ist hatte mal war ich denn ich bräuchte ein klötzchen ich krieg hier irgendwo klötzchen her hier klötzchen was war denn das guck mal da ist noch so eine kreuz geschichte war ich hier schon die ganze zeit ach das ist ja alles alles völlig irre aber jetzt habe ich klötzchen das war doch das einzige was ich wollte weil ich kann ich denn ich bin da kontakt zu ich bin da kontakt zu